So Leute, ganz kurz zur Info, ich habe es jetzt auf YouTube gesauft und habe meine 500 Abonnenten bekommen. Davor großes, großes Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben. Morgen wird es genau was geben, das ist einfach nur ein kurzes Video, in dem ich alles einfach mitteilen möchte, wie groß meine Freude ist und danke sagen möchte, dass ich die 500 Abonnenten bekommen habe. Alles weitere werde ich morgen, also es bis zum Samstag sagen, was ich alles mache und so weiter. Darauf konntet ihr euch freuen. Aber ich bedanke mich an alle euch für die 500 Abonnenten. Danke an dich, dich und dich und sonst an alle, die da irgendwie mitgewirkt haben. Großes, großes Dankeschön. Es ist eine coole Sache. Danke, es ist ein bisschen zuerst. Naja, bis jetzt wieder heute beim Streaming, es ist geknackt von 500 Abonnenten. Hätte ich zuerst nicht mitgerechnet, war aber doch erst cool, bis es dann wie gesagt passiert ist. Danke schön dafür. Du möchtest es mal bedenken, naja, weil das ist ein halbes K-Abonnenten. Das ist schon krass. Danke, danke, danke. Es ist Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Und mitgeholfen haben, so weit zu kommen, wie ich es gekommen bin. Und es geht natürlich immer weiter. Es ist Drehbüchsen-Tausend, da weiß ich da gar nicht was. Aber jetzt sage ich danke von 500 Abonnenten. Morgen gäbe es dann alles weitere. Danke fürs Hoseauen, für den kurzen Video, in dem ich es einfach gesagt habe. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 Ciao.